So, Dala, grüß dich und herzlich willkommen zur ersten Folge Vergessene oberbayerische Mundart. Mein Name ist Florian und mir liegen die alten Begriffe sehr am Herzen. Bei uns daheim sind sie noch geredet worden oder werden sie zum Teil noch hält. Und ich fand es ewig schade, wenn die ganz verloren gingen. Deswegen packen wir es an. Anfangen möchte ich in der Reihe damit, dass ich euch von unseren Wochentag erzähle, wie man bei uns daheim eigentlich zu ihnen gesagt hat. Und zwar Moda, Irschta, Mika, Finsta, Freida, Samsta, Sunda. Du geh, am Moda haben wir für ein sauberes Messl gehabt. Am Irschta hab ich einen Nusskrautscher gesehen. Am Mika waren wir für Schönfahrt. Am Finsta bin ich ins Toi runtergemontelt. Am Freida sind unsere Buben von der Dänabruck runtergerodelt. Am Samsta hab ich meine Klapperl zusammengeschleifet. Am Sonntag haben wir in der Barzenenden gewählt. Da musst du wissen, was der Belli ist und wer den Trumpf aus sagt. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Für heute verabschied ich mich. Macht's euch gut. Habe derdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.